Es funktioniert einfach immer noch. Im Casino jedes Mal das Auto gewinnen mit der 4 Sekunden Regel. Einfach nach dem Auswählen zum Drehen kurz 4 Sekunden warten und dann drehen. Im Kopf selber zählen mit 21, 22, 23, 24, dann direkt drehen. Das war's. Congratulations to our player at the lucky wheel who just won a luxury car.